ich schau jetzt erst mal papa hallo meine lieben wir fahren jetzt zum täuschen geschenk und ich kauf mir auch was mit meinem taschen geld ja und ich nehme mit auf eine klangigkeit der kleinigkeit Hi. Miao. Baby. Eine... Das brauchen wir nicht. So eine Verlängerung, oder was? Eine so eine Verlängerung. So, wir brauchen das. Wow, wow, guck. Hast du alles im Griff. Ja. Steli? Kleiner Kinder, großer Spaß. Kleiner Kinder, großer Spaß. Kleiner Kinder, großer Spaß. Na komm. Na komm. Hallo. Na komm. Ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die wir beim Pösser Aspen verkauft haben. Ja, ich würde mal anfangen mit dem Tolle. Ja. Nein. Sondern. Weihnachtszeit. So. 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 Das ist das Endergebnis. Ja, das ist meine schöne Lähmaschine. Mit Licht. Und mit Schuhe. Und mit Haaren. Haaren, Haaren, Haaren. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und hier unten gibt es einen Schatter. Da muss ich so kurz drauf tun. Das ist jetzt zwar nicht laut, aber... Ich will nicht, ja. Ja, darf ich nicht. Jetzt ist es wie man geht. Jetzt geht's los. Warte mal. Wir müssen den Fuß wieder nach oben machen. So. Den Fuß? Äh, die Nadel. Dann kommt die Nadel dahin. Nee, wieder runter. So rum. Du nicht? Ah ja, genau. So rum nehmen. So rum nehmen. Okay? So. Ich will jetzt mal die Nadel runter. Nur runter. Nur runter. Hier hinten ist so ein... Nein, das mache ich dann. Okay. Und jetzt halte ich das fest. Einmal da. Da, 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 da. Ah, da, da. Da tue ich niemals die Hand hin, okay? Da. Da. So. Und jetzt. Hier schaust du immer, dass das schön glatt ist, okay? Okay. Drei, eins, zwei, zwei. 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 Puh. 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 Aber ich hab so... Ich hab's lieber hier first. Puh. Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gaaaaaa! Du kleines, freches Fröschen! 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 Du kleines, freches, Fröschen! Kommt ein Mäuslein, baut ein Brötlein, läuft das Mäuslein weiter, baut es ein, Elena, was baut das Mäuslein ein? Ein Häuslein, kommt der Flo und der macht so. Stella, 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 das machst du nimmer, Elena, du schläfst dann zu Stella und schenke dir den Tuftuf mit, so schaust du in mich aus, dann kriegst du in mich kein Geburtstagsgeschenk von der Stella, so schaust du in mich aus, ja, so, Elena, lieb sein, lieb sein, mach Ei-ei, mach Ei-ei. Elena, mach Ei-ei zu Stella, nein, ich möchte jetzt nicht, ich möchte, dass du jetzt Ei-ei machst. Mach Ei-ei und weißt du, wenn du lachst, dann wird das eh witzig. Komm her, sag Stella, Elena, komm her, mach Ei-ei. Ei-ei machen. Ei-ei machen. Ei-ei-ei, ei-ei. Ei-ei machen. Ei-ei machen. Ei-ei machen. Ei-ei. So, tu mal lieb sein, okay? Hast du gehört? Du bist so ein Teufel. Du bist so ein Teufel, echt. Mama, kommst du jetzt für die Fasel? Ja. Ja. Hab die wieder angemacht. 54. 88. Ich brauch jetzt nur noch. Dann schnapp ich mal welche. Schau mal. Dann schnapp ich mal. Dann schnappen Sie mit üben. Du bist so ein Teufel! Du bist so ein Teufel. Du bist so ein Teufel. Stella bitte. Du bist so ein Teufel! Naugier-feuern? Lass sie bitte, Stella. Das muss ich von selber machen. Ich würde sie lassen, weil da ist eine Ladung drin, glaube ich. Stella. Stella, lass sie. Schau, und dann wird sie narrat, weil sie ärgerst. Schau, lass sie halt einfach in Ruhe. Schaut mal, Leute, was ich jetzt mache. Ich schlucke es in den Karton. Sie geht einfach rauf. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Stella, bitte, tu die Füße runter. Stella, die fällt gleich. Stella, bitte. Stella, bitte, die fällt gleich. Tu die Füße raus. Kann ich nicht mal stücken? Tu sie die Füße raus. Stella, bitte, Elena, klappel überall hin. Ich steck fest. Bitte. Ich steck fest. Tu poste eintrampelt hier echt. Und auch.